Wir benutzen jetzt zusammen Throwback Makeup Produkte wie früher. Diese legendäre Dream Matte Mousse Foundation kennen wir glaube ich alle von früher. Und früher hat man die einfach mit irgendeinem Schwämmchen aufgetragen. Ich darf gar nicht tupfen, man hat mal gestrichen. Auf dieser Seite arbeite ich das Tupfen mit einem Pinsel ein. Also quasi so wie ich eine Full Coverage Foundation auch heutzutage auftragen würde. Und hier ist auf jeden Fall die Deckkraft viel viel besser. Damals haben die Augenbrauen nicht ganz so viel Zuneigung bekommen wie heutzutage. Aber wir benutzen dieses legendäre Gel von Essence. Ich kämmere sie aber ein bisschen dünner, dass sie optisch ein bisschen dünner erscheinen. Auf der moderneren Seite werde ich sie eher hochkämmen, ein bisschen voluminöser gelen. Zum Nachmachen hat man ja auch einfach meistens irgendeinen braunen Lidschatten oder einen Augenbrauenpuder genommen. Auch die moderne Seite mache ich natürlich mit den Lidschatten. Ich denke so würde man heutzutage eher seine Augenbrauen ausfüllen. Ein bisschen haarähnlicher und natürlicher. Jetzt pudern wir mit dem legendären MAC Puder natürlich erstmal auf der Throwback Seite das komplette Gesicht ab. Auf der modernen Seite werde ich nur unter den Augen abpudern. Auch wenn Blush damals auf jeden Fall noch nicht so ein Hype-Thema war wie heutzutage, war Bronzer auf jeden Fall am Start. Und den geben wir jetzt natürlich ganz großzügig, aber nicht so gut verblendet auf unser Gesicht. Und auf dieser Seite werde ich das eher ein bisschen Contouring-mäßiger auftragen. Wer kennt sie nicht? Die legendäre Great Lash Mascara. Die hält wie erwartet den Schwung bei mir leider gar nicht. Ich werde jetzt hier wasserfeste Mascara auftragen. Auf dieser Seite habe ich mir jetzt ganz klassisch den Kajal auf der Wasserlinie gezogen. Und auf der Seite werde ich auch ein Kajal anwenden, aber damit einen Wing machen. Was darf natürlich nicht fehlen? Eine MAC Lippen-Kombi. Wir fangen an mit dem legendären Whirl Lip Liner von MAC. Und MAC Honey Love darf für mein Throwback Make-Up nicht fehlen. Ich habe diesen Hell-Nude-Look geliebt. So, wir haben es geschafft. Die Throwback-Hälfte und die moderne Hälfte ist fertig. Schreibt mal unbedingt eure liebsten Throwback-Produkte in die Kommentare.